Für die nächsten Tage ist ja wie gesagt die Summertime, Mango Jerry hier auf beiden 1.6 Uhr 21, 9 Minuten vor halb 9 Uhr. 8 Uhr 21, 6 Uhr 21, wie gesagt 8 Uhr 21, 9 Minuten vor halb 9. Wie gesagt, morning, im Moment immer noch eine schwierige Tage in Sachen Hochwasser überall in Freistadt Bayern. Heute Morgen getroffen vor allem den Schwaben, aber auch den Bierwagen. Da ist eine junge Generation ist offen, die hat teilweise noch geschwillen oder das Haus. Da hat es meine Generation, das ist eine fast 6 Uhr, mein Haus ist 3 Uhr. Das Haus ist schon aufzuhören und das bleibt schon mal der alte Name. Und das Ganze wieder herzulichen. Wiederher durch das Wassergebiet mit Freistadt Bayern. Hier langsam zieht sich das Wasser zurück und dann geht es natürlich als Aufräumen. Unterstehender fliege buchstäblich vor dem Licht des Hauses bis zum Kiebel durch die Flutten versunken. Das ist natürlich eine tolle, schwierige Repensierung. Wir haben uns heute sogar an den ganzen Tag gehalten. Wir haben nicht mehr Sachen verschwunden. Wir sind wieder dabei. Wir haben nicht mehr eine Beziehung. Wir haben hier ab搭 Damon. Wir haben ungezieht. Wir haben hier auch die Schule noch einmal geholfen.